Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Heute zu einem wirklich spannenden Video, denn nach langer Zeit schauen wir uns mal wieder einen Gaming Laptop an, um die Frage zu klären, wo die aktuell technisch so stehen, wie weit sie in der letzten Zeit zum Desktop PC aufgeholt haben und ob sie einen richtigen Gaming PC vielleicht sogar ersetzen können. Denn inzwischen bekommen wir selbst in Gaming Laptops richtige 8-Kern-Prozessoren und 144 bzw. sogar 240 Hertz Displays, also Features, die man so eigentlich nur aus High-End PCs und dem E-Sports Bereich kennt. Wir schauen uns heute mit dem OMEN 15 von HP ein technisch gesehen wirklich interessantes Gerät an, denn der Gaming Laptop kommt mit einigen echt tollen Gaming Features und besonders interessanten Komponenten daher. Vielen Dank an der Stelle auch an HP und Nvidia, denn die haben das Video, wie ihr sicher gesehen habt, gesponsert und das ist auch der Grund dafür, warum ihr den Laptop, also genau das Gerät, was ich getestet habe, im Anschluss an dieses Video gewinnen könnt. Gewissermaßen also eine Adventsverlosung und die läuft ähnlich ab wie auch sonst. Das heißt, ich werde in dem Video hier einige Hinweise verstecken. Wenn ihr den Laptop gewinnen wollt, dann müsst ihr also gut aufpassen und genau hinschauen, weil im Anschluss an das Video werdet ihr einige Fragen dazu beantworten müssen. Eins kann ich aber schon mal vorweg nehmen, der Laptop ist wirklich ein richtiger Leckerbissen und der oder die Gewinnerin wird auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dem Gerät haben. Und wie viel Spaß genau man mit dem Gerät haben kann und natürlich alle wichtigen Eckdaten zu dem Gerät, die schauen wir uns jetzt an. Zunächst mal zum Äußeren und der Optik. Das OMEN 15 ist wirklich ein schickes Gerät und man hat auch wirklich Wert auf hochwertige Verarbeitung und Design gelegt. Ich persönlich finde es cool, dass man nicht komplett in die übertriebene Gaming-Richtung gegangen ist, sondern es eher schlicht gehalten hat, denn nicht jeder hat Bock auf ein Gerät, was in allen Farben blinkt und wie ein Transformer aussieht. Farben ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn der Laptop hat keine RGB-Beleuchtung. Die Tastatur ist zwar beleuchtet, aber nur in weiß, was sowieso die Farbe meiner Wahl gewesen wäre und die schlichte Optik gut unterstreicht. Das Gerät selbst bzw. die Außenseite ist aus einem Kunststoff mit feiner Textur gefertigt und die Innenseite, also auch die Handballenauflage usw. ist komplett aus Aluminium, was der hochwertigen Haptik zugutekommt. Man kann das Gerät mit nur einer Hand aufklappen, wie man das z.B. auch von Macbooks kennt, ohne dass es sich irgendwie biegt oder sich die Unterseite mit anhebt und man mit der anderen Hand dagegen drücken müsste. Cool ist auch das OMEN-Logo auf der Rückseite, was einen leichten Regenbogeneffekt hat, d.h. je nachdem in welchem Winkel man draufschaut, schimmert das in einer anderen Farbe und das ist ein echt wirklicher Hingucker. Unter der Haube haben wir als CPU einen aktuellen AMD Ryzen 4000er Prozessor und zwar den Ryzen 7 4800H, also einen richtigen 8-Kern-Prozessor mit 16 Threads und bis zu 4,2 GHz Turbo-Takt. In meinem Test hat die CPU sogar meistens auf 4,3 GHz getaktet bzw. sogar 4,1 GHz im All-Core und das einfach alles bei einer TDP von 45 Watt echt beeindruckend. Und beeindruckend sind auch die Cinebench R15 Ergebnisse von dem Teil, denn wir erreichen im Multicore sage und schreibe 1905 Punkte, was nur minimal weniger ist als z.B. ein Desktop-Intel-Prozessor wie der i9-9900K, der hier knapp 2000 Punkte erreicht, aber dabei einfach deutlich mehr als 100 Watt verbraucht und von den Temperaturen wollen wir erst gar nicht anfangen. Der Laptop jedenfalls hatte keine Probleme damit die CPU zu kühlen und trotz der ultraschlanken Bauweise habe ich nur selten Temperaturen über 80 Grad gesehen und beim Gaming waren es eher um die 60 Grad, für einen Laptop wirklich überraschend gut. Einen großen Beitrag daran hat wohl auch das neue Omen Tempest Cooling System, was eben für eine effizientere und leisere Kühlung sorgen soll, denn ein kühles System ist in der Regel halt auch ein schnelleres System. Als GPU kommt in dem Laptop eine RTX 2060 von Nvidia zum Einsatz, also das aktuellste was man in einem Notebook bekommen kann, hier gibt es noch keine 3000er Karten und die RTX 2060 hat auch wirklich Dampf unter der Haube, das wissen wir aus unzähligen PCs die wir damit gebaut haben. Und die mobilen Modelle sind ja inzwischen quasi identisch zur Desktop-Version, also man hat in der Hinsicht kaum Nachteile. Wir haben dieselben 1920 Cuda Cores und ebenfalls 6 GB GDDR6 Speicher. In meinem Review zu der Karte habe ich damals gesagt, dass sie quasi zu schnell ist, weil sie einfach unheimlich viel Leistung hat, aber die 6 GB VRAM für WQHD Gaming eher grenzwertig sind. Im Ergebnis aber eben die perfekte Full-HD Karte, auch für High-FPS Gaming und bei dem Laptop hier haben wir ohnehin nur ein Full-HD Panel verbaut, also ist die 2060 gewissermaßen die perfekte Wahl gewesen. Das Display besitzt nämlich ein 15,6 Zoll großes IPS Panel mit Full-HD Auflösung und 144 Hz Bildwiederholrate und ich kann euch sagen, das Display ist für mich ein absolutes Highlight bei dem Gerät. Denn auch wenn es in Anführungszeichen nur Full-HD ist, bei 15,6 Zoll ist es trotzdem gestochen scharf. Und Laptop Displays sind in den letzten Jahren wirklich immer besser geworden, das sieht man auch bei dem Modell, denn Blickwinkel, Schärfe und Farbwiedergabe, was das angeht, spielt das Gerät ganz oben mit. Außerdem haben wir wie gesagt 144 Hz Bildwiederholrate, das heißt wir haben hier einen Gaming Laptop, der es wirklich ernst meint. Abgerundet wird das Paket von 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit 3200 MHz und als Massenspeicher kommt eine 1 TB große NVMe M2 SSD zum Einsatz, die auch wirklich schnell ist, ich habe im Test bis zu 2800 MB pro Sekunde Leseraten gemessen. Ansonsten haben wir noch eine in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen entwickelter Soundsystem, ein 200 Watt Netzteil mit Schnellladefunktion, das Gerät ist in 45 Minuten zu 50% aufgeladen und der Akku selbst soll übrigens 7,5 Stunden halten. Außerdem gibt es natürlich WLAN, AC und jede Menge Anschlüsse am Gerät, da ist trotz der geringen Breite sogar ein LAN Anschluss dabei, der sich aufklappt, HDMI, Displayport, USB Typ C und sogar ein Card Reader, also was das angeht seid ihr komplett abgedeckt. Natürlich ist auch Windows 10 voll installiert, so dass ihr das Gerät direkt verwenden könnt und auch zum Beispiel das Omen Gaming Hub, wo man seine Spiele verwalten kann, die aktuellen Temperaturen und Auslastungen ansehen kann, sowie bestimmte Leistungsmodi und Lüftersteuerungen aktivieren kann. Auf jeden Fall ganz schick gemacht und ich hätte gesagt, damit kommen wir jetzt auch zum spannenden Teil und zwar den Benchmarks und Spieletests. Als erstes war natürlich wie immer der 3DMark Firestrike an der Reihe und da erreichen wir eine Gesamtpunktzahl von 15.295 Punkten, davon 16.421 Grafikpunkte und einen CPU-Score von 21.301 Punkten, damit ist der Omen 15 schneller als 73% aller anderen jemals und weltweit im Firestrike getesteten Systeme und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Genauso wie die Timespy Ergebnisse, denn hier erreicht das Gerät eine Gesamtpunktzahl von 6559 Punkten, davon 6.311 Grafik und 8.448 CPU-Punkte, was ebenfalls wirklich sehr gute Werte sind. Im Toaster-Test, also CSGO auf höchsten Einstellungen, erreichen wir durchschnittlich 230 FPS, also ein Ergebnis, was auf jeden Fall für die eSports-Tauglichkeit von dem Laptop spricht und darum war als nächstes dann auch direkt der Benchmark von Rainbow Six Siege an der Reihe, auf hohen Einstellungen und Full-HD-Auflösung und auch in dem Spiel erreichen wir durchschnittlich um die 160 FPS, womit das 144Hz Display auch wirklich seinen Zweck erfüllen kann. Weiter geht's mit Shadow of the Tomb Raider, wo wir auf hohen Einstellungen und Full-HD-Auflösungen durchschnittlich 77 Bilder pro Sekunde erreichen, was für das Spiel wirklich ein sehr guter Wert ist, weil es eben doch grafisch sehr anspruchsvoll ist. Nicht großartig anders sieht's in Far Cry 5 aus, auch da erreichen wir auf hohen Einstellungen und 1080p-Auflösung dauerhaft über 60 und durchschnittlich 83 Bilder pro Sekunde und auch in Fortnite auf dem Preset hoch erreichen wir mit durchschnittlich 125 Bildern pro Sekunde ein Ergebnis, was sich wirklich sehen lassen kann. Vor allem eben, wenn man bedenkt, dass zusätzlich die Aufnahme mit GeForce Experience im Hintergrund aktiv war, was natürlich auch noch ein bisschen Leistung frisst. Ihr seht also, der oben 15 hat wirklich mehr als genug Leistung, um alle Spiele in hohen Einstellungen mit weit über 60 Bildern pro Sekunde darstellen zu können. Das 144Hz Display macht also wirklich Sinn bei dem Gerät und ihr könnt auf jeden Fall in den vollen Genuss der hohen Framerate kommen. Und ihr merkt sicher, ich bin wirklich überzeugt von dem Gerät, auch wenn ich persönlich nicht der größte Fan von Gaming Laptops bin, muss ich gestehen, der oben 15 von HP ist wirklich ein tolles Gerät und man hat eigentlich an allen Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen. Der einzige Punkt, den ich kritisieren könnte, ist Gaming Laptop-typisch die Lautstärke, vor allem bei CPU-Last. Denn während das Gerät beim Gaming wirklich überraschend leise war für einen Gaming Laptop, hat der Lüfter bei Cinebench und reinen CPU-Anwendungen hörbar aufgedreht. Den Punkt könnte man noch verbessern, ansonsten wie gesagt wirklich ein mega Gesamtpaket. Und das könnt ihr jetzt wie versprochen natürlich gewinnen. Dazu müsst ihr einfach wieder auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken, der euch zu meinem Google Gewinnspielformular bringt. Um teilzunehmen müsst ihr einfach nur meinen YouTube-Kanal abonniert haben, E-Mail-Adresse und YouTube-Namen eintragen, damit ich das auch überprüfen kann und anschließend die Fragen beantworten. Die Lösungen zu den Fragen sind alle hier im Video versteckt. Wer einfach durchgeskippt hat, wird also mal wieder leer ausgehen und wer irgendwelche Lösungen in den Kommentaren spoilert oder doppelt und dreifach teilnimmt, bitte macht das nicht, wird natürlich von der Verlosung ausgeschlossen. Wie immer habt ihr die Möglichkeit eure Gewinnchancen zu verdoppeln, dazu müsst ihr mir einfach nur auf Instagram folgen und dann im Formular natürlich auch einen Instagram-Namen eintragen, damit ich das ebenfalls überprüfen kann. Das Gewinnspiel läuft knapp zwei Wochen, also bis zum 20. Dezember und der Gewinner wird dann am folgenden Tag von mir bekannt gegeben und natürlich auch kontaktiert. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe natürlich, dass euch der Laptop und vor allem mein Review dazu gefallen hat. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Gerät so haltet. Ich wünsche euch jedenfalls allen viel Glück und ich hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.